Am letzten schönen, sommerlichen, warmen und sonnigen Tag des, nein, hoffentlich nicht des Jahres, aber des Oktobers, haben wir einen Ausflug gemacht zu einem Bauernhof hier in der Nähe, der Schafe züchtet und Produkte aus Schafen im Grunde verkauft. Also ja, Käse, auch Fleisch, Wurst und natürlich Wollprodukte. Und die haben einen kleinen Bauernhofladen und da waren wir drin und natürlich musste ich was kaufen. Ich blende euch mal kurz das ein. Habe ich gekauft, ja, da unten sieht man auch die Adresse von dem Bauernhof. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Ja, ich glaube schon, oder? Und ihr seht schon, um was es geht. Filzwolle. Ich habe Filzwolle gekauft, jawohl. Ich habe mich nämlich daran erinnert, dass ich irgendwann vor einiger Zeit mal gefilzt habe mit einer Filznadel. Ja, ich habe drei Tüten gekauft. Ich weiß, es ist furchtbar. Es ist so furchtbar, aber es macht auch so total Spaß. Und dann diese Wolle, das ist diese naturfarbene Wolle. So sieht die dann aus, ganz, ganz fein. Die ist schon vorbereitet, schon gewaschen und hat aber noch ganz leichtes Wollfett drauf und ist aber auch schon von den Verunreinigungen befreit, die Schafe immer so im Fell haben. Also diese Gräser und Krümel und so Zeug halt. Fühlt sich total gut an. Und dann gibt es eben auch so farbige. Die ist natürlich gefärbt, ganz klar. Aber daraus kann man wunderschöne Sachen machen. Und aus diesen drei Farben hier, das naturfarbene und gelb und orange, habe ich etwas gemacht. Und zwar habe ich diese Felsblume gemacht. Ja, also das ist eine kleine Blume. Also nicht mal so groß wie die Handfläche. Die ist ganz aus Filz, die ist ganz fest, wie Stoff. Die kann man jetzt nähen, die kann man raufkleben, die kann man besticken. Da könnte man noch Perlen draufsticken oder irgendwie sowas. Also damit kann man total viel anfangen. Und wenn ihr Bock habt, sowas zu machen, dann macht das doch einfach mit mir zusammen jetzt. Wir legen jetzt los. Ich mache jetzt eine in einer anderen Farbe vielleicht. Eine Rose oder so. Mal gucken. Mit Rot, Blau, Grün. Ich weiß nicht. Mal schauen. Ihr dürft gespannt sein. Also bis gleich an meinem Kreativplatz. So, hallo ihr Lieben. Die Materialien, die ich für diese Blüte verwendet habe, zeige ich euch jetzt. Also diese drei Farben habe ich euch sowieso schon gezeigt. Die Blüte habe ich gezeigt. Und zum Filzen, zum Nadelfilzen braucht ihr überhaupt nicht viele Dinge. Ihr braucht eine Schaumstoffunterlage. Ich habe jetzt hier so einen Küchenschwamm genommen, weil ich keine andere Schaumstoffunterlage habe. Vielleicht habt ihr so Stuhlauflagekissen. Da sind oft so Schaumstoffplatten drin. Die sind natürlich super verwendbar. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwie einfach so eine Schaumstoffunterlage aus einer Verpackung oder so. Da sind auch manchmal solche Sachen drin. Ihr braucht auf jeden Fall etwas, was ein bisschen fest ist, wo man aber reinpiksen kann, ohne dass es kaputt geht. Deswegen geht auch kein Styropor, weil das würdet ihr euch zerbröseln und in das gefilzte Objekt reinbefördern. Und das will man natürlich nicht. Deswegen ein Schaumstoff oder Schaumgummi, das fest, aber gleichzeitig weich ist. Wie ein Küchenschwamm. So ein Material muss das sein. Dann braucht ihr natürlich Filznadeln. Ich habe mir hier mal ein Set gekauft mit drei verschiedenen Größen. Ich zeige euch jetzt mal eine. Wie sieht das jetzt eine von den Großen? Ich glaube, es ist eine von den Großen. So, ich zeige euch die mal. Also da oben ist so ein kleiner Hacken dran. Damit wird die dann im Halter befestigt. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Und hier vorne diese Spitze, da müsst ihr Hölle aufpassen. Die ist super, super scharf. Also wenn ihr euch damit in den Finger piekst, das geht gleich rein. Das blutet. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also es ist mir oft genug passiert, dass ich mir in die Finger gepikst habe. Ja, es ist keine tödliche Verletzung, um Gottes Willen. Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Aber es tut weh und es blutet. Die sind richtig, richtig spitz und scharf, die Dinger. Das seht ihr, glaube ich, auch. Und an dieser dünnen Spitze hier vorne, in diesem dünnen Bereich, da, da sind so Unebenheiten drin. So eine Art Widerhaken sind das. Das kann man jetzt vermutlich nicht erkennen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sichtbar ist, wenn ich das so ein bisschen drehe. Dann seht ihr da so dunklere Stellen und hellere Stellen. Da sind diese Widerhaken drin. Und durch diese Widerhaken entsteht das gefilzte, das gefilzte eben. Also so filzt man. Man verhakt quasi durch das Reinstechen und rausziehen die einzelnen Wollhaare miteinander. Sodass dann eine flächige Filzmatte quasi entsteht. So, das ist das Grundprinzip. Ich habe jetzt hier mir so ein Filzset, also so ein Set mit Nadeln gekauft, weil ich hatte tatsächlich keine mehr. Das verlinke ich euch unten. Und bei diesem Set ist auch so ein Halter aus Holz dabei. Und der ist super. Man kann es natürlich auch so machen, indem man diese Nadel einfach in der Hand hält. Aber das ist total unbequem und sehr anstrengend. auch die Dauer. Deswegen ist dieser kleine Holzhalter eine super Sache. Der besteht einfach aus zwei Teilen. Das ist einmal der Griff und einmal hier so eine Art Stöpsel mit einem Schlitz an der Seite. Und die Filznadel, die hängt man einfach so da rein. So. So, dass dieses gebogene Ende von der Filznadel an der schmalen Seite vom Stöpsel ist. So. Und genau in diesen Spalt reingreift. Und dann steckt man das ganze Ding einfach da rein. Und schon ist das fertig. Mehr ist das noch. Das ist der Halter für die Filznadel. So. Dann haben wir die schon mal vorbereitet. Es gibt drei verschiedene Stärken in diesem Set. Also mit der groben Fektion halt an und arbeitet sich dann so vor zu den feineren. und ich möchte jetzt ganz gerne versuchen ein Blatt zu machen und dazu nehme ich mir aus meinem Filzbollebeutel hier. Den muss ich jetzt gerade erst mal aufmachen. Moment. Moment, Moment, Moment. Nicht so drängeln, nicht so drängeln, nicht so drängeln, ich muss den aufmachen. Ich will den nicht kaputt machen. Das sind nämlich wunderschöne Papiertüten. Das sind nicht nur wunderschöne Papiertüten, das sind eigentlich richtige Papptüten. Also die sind so fest und stabil. Die sind, wenn ich das mal sagen darf, die sind als Journaleinband geeignet. Da können wir einen Journal mit einbinden. So, jetzt habe ich hier die ganze Wolle und die ganze Pracht. Ich lasse euch kurz reinschauen hier. Da ist so ein ganzer Riesenhaufen drin. Ich will aber jetzt hauptsächlich etwas Grünes und ich habe da drin mehrere Grüntöne. Ich zeige euch das mal hier. Ne, könnt ihr das sehen? Hier ist ein dunkles Grün, das unten ist ein helles Grün. Und davon hole ich mir jetzt einfach nur so ein bisschen raus. Nur so einen Hauch, so. Und von dem hellen auch. So, dann habe ich ein dunkles und helles Grün. Ich möchte mir jetzt ein Blatt, passend zu meiner, ein bisschen braun hole ich mir auch noch raus. So, dann mache ich dann den Blatt Stiel damit hoffentlich. So, okay. Lass mal mal gucken hier. Kann man auch, glaube ich, online bestellen. CarinasWollWelt.at Also wer in Österreich ist, kann sich einmal auf der Internetseite umschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es da alles gibt. Aber in diesem Shop, da gab es unglaublich tolle Sachen. Also in dem Bauernhof Laden. Also Kleidung, Hüte, Wolle, so dicke Schnüre. Und die Filzwolle natürlich. Und so Reste. Und ach, unfassbar tolle Sachen. Also schaut einfach mal in den Shop rein. Vielleicht findet ihr irgendwas. So, jetzt geht's los. Und zwar nimmt man von der Wolle immer relativ kleine Mengen und legt die erstmal so in die Form, die man will. Man könnte auch, habe ich mir gerade so überlegt, man könnte auch das Ganze mit einer Backform machen. Ich habe Lust, keine Backform. Wenn ihr Backformen aus Metall habt, oder ist egal, kann auch Kunststoff sein, vielleicht in einer Blattform, das könnt ihr hier einfach drauflegen, die Wolle da rein tun und dann losfilzen. So, ich fange jetzt einfach an. Ich lege die Wolle da hin. In einer ungefähren Blattform. So fange ich einfach an. Und jetzt nehme ich meine Nadel und piek es einfach da rein. Ich stelle ich einfach fröhlich drauf los. Und dann merkt man schon, dass sich das jetzt auf dem Küchenschwamm etwas fixiert. So, das ist jetzt noch meine grobe Form. Der Start. Das ist der Anfang. Jetzt möchte ich natürlich ein bisschen Farbabwechslung da drin haben. Und jetzt nehme ich eine kleine Menge von dem Hellgrün und mache genau das Gleiche wieder. Jetzt ist mir hier an der Seite nicht genug von dem Dunklen. Ich nehme eine winzig kleine Menge von dem Dunklen. Halt mir das hier so ein bisschen fest. Immer auffassen, dass man nicht in die Finger piekt. Das ist ganz wichtig. Und hier unten muss natürlich ein brauner Stiel dran. Ist ja auch klar. Dann nehme ich mir auch nur so einen Hauch. Nur so eine winzig kleine Menge hier. Dies kommt jetzt da unten hin. Jetzt schauen, wie ich das festhalten kann. Ohne, dass ich mir in die Finger steche. So, ich glaube, das ist so schon mal ganz gut. Okay, so, wo fehlt mir denn jetzt noch was? Mir fehlt doch hier am Rand noch ein bisschen von diesem Hellen. Das soll doch da noch so ein bisschen rüberschimmern hier am Rand, oder? So, wir brauchen ein bisschen Abwechslung in diesem Grün. Deswegen mische ich mir die Farben quasi beim Fülzen. So, wenn ich jetzt der Meinung bin, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber die andere Seite muss ja irgendwie auch noch schön sein. Dann hole ich mir das jetzt erstmal runter. Man sieht, wie schwierig das jetzt rausgeht. Wie viele von diesen Haaren man in den Schwamm reingefilzt hat. Aber es kommt alles raus. Also keine Angst, es kommt alles mit raus. Auf der hinteren Seite möchte ich jetzt auch noch ein bisschen was von diesem Hellgrünen haben. So, ist mir vielleicht der Stiel hier ein bisschen zu breit. Den mache ich jetzt ein bisschen schmaler. Ich steche einfach immer nur rein. Rundherum. Stechen, 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 stechen. Stechen, 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 stechen. Das ist das ganze Geheimnis. So, ist immer noch nicht gut genug. Wir wollen noch ein bisschen mehr. Das Blatt ist noch nicht groß genug vielleicht. Kein Problem. Dann bauen wir einfach ein bisschen an. Und so mal vielleicht die losen Haare so ein bisschen in Richtung Mitte befördern. Nehmen wir noch ein bisschen was von dem Hellen. Hinlegen, ein bisschen festhalten und los geht's mit dem Stechen. Also das kann im Grunde jedes Kind. Nur wenn ihr das mit Kindern macht, bitte nicht mit ganz klein machen. Die stechen sich einfach zu schnell in die Finger und das Ding ist halt wirklich, wirklich scharf. Also wenn Kinder, dann bitte etwas größere Kinder und gut aufpassen und Pflaster bereitlegen. Damit man da sofort erste Hilfe leisten kann, wenn es dann doch mal in die Finger geht. Und es wird in die Finger gehen. Glaubt's mir. Glaubt's mir, glaubt's mir. Ich hab mir oft genug in die Finger gestochen. Also ich hab schon viele Sachen mit dieser Filstechnik gemacht. Vor Jahren schon. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das jetzt fürs Journalen eventuell nochmal verwenden kann. Das finde ich schon eine sehr spannende Erkenntnis. Aber ich glaub, für ein Herbstjournal könnte das eine richtig, richtig tolle Sache sein. Was meint ihr? Wenn ich der Meinung bin, diese Seite ist halbwegs genügend gefilzt, dann werde ich mir das wieder runterziehen. Dann einfach irgendwo an, pull das raus, zieh's ab und leg's mir nochmal auf die andere Seite. Und ich glaube, da habe ich irgendwie noch ein bisschen zu wenig Wolle. Da ist noch wie so ein kleines Loch. Da möchte ich nochmal ein bisschen was nachlegen. Vielleicht von dem Dunklen. Das gefilzte Teil, das fertige Teil, wenn ihr damit durch seid, das könnt ihr auch noch nassfilzen hinterher. Aber das hat jetzt dann schon die richtige Struktur, um es weiter zu bearbeiten. Wenn noch Löcher und Lücken sind, einfach noch ein bisschen Wolle drauf. Die Kanten von dem Ganzen werden natürlich nie so klar und eindeutig. Das ist auch klar. Ihr könnt aber dann zum Schluss, wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr einfach noch ein paar Fäden und sowas abschneiden am Rand. Das habe ich jetzt bei dieser Blume, die ich euch vorhin gezeigt habe, nicht gemacht. Aber das kann man natürlich machen. Wenn ihr so ganz kleine Sachen da macht, aufpassen auf die Finger. Das kann man nicht oft genug sagen. Ehrlich, kann man wirklich nicht oft genug sagen. Mir gefällt das jetzt schon ziemlich gut, das Blatt. Ich mache das jetzt mal so ab und zeige euch das mal. So, jetzt haben wir hier ein Blatt aus Stoff. Das ist im Grunde aus Stoff. Das ist wie ein festes Gewebe. Das könnt ihr annähen, da könnt ihr noch was drauf sticken, da könnt ihr alles Mögliche mitmachen. Ihr könnt die Formen auch einfach ein bisschen nachschneiden. Gefällt euch nicht so? Ist irgendwie komisch am Rand? Kein Problem. So einen Filzstoff könnt ihr ja auch einfach schneiden. Machen wir das doch einfach mal. Ich schneide einfach mal den Rand hier so ein bisschen ab. Also diese ganz kleinen Reste hier, die schmeiße ich dann natürlich weg. Also die werde ich nicht nochmal aufheben und nochmal verfilzen, auch wenn es theoretisch möglich wäre. So, jetzt haben wir das Blatt einfach ein bisschen abgeschnitten, sauber geschnitten sozusagen. Und das kann jetzt so weiterverarbeitet werden. Und das mit der Blüte kann man das natürlich genauso machen. Da kann man auch den Rand selbstverständlich einfach noch ein bisschen abschneiden. Dass das Ganze ein bisschen sauberer wird. Das Ganze fühlt sich auch total gut an. Also ich finde das super. Ich würde meine Filzwolle jetzt öfter mal einsetzen. Ich habe mir auch gedacht für mein Unterwasser-Journal. Ja, in dem ich jetzt tatsächlich gestartet bin. Da würde ich gerne mir so ein paar Wellen machen. So, schaut. So sieht das dann aus. Ein Blatt und eine Blüte. Also mir gefällt das total gut. Das ist auch schön weich. Also es ist total weich. Ihr könnt natürlich auch damit andere Sachen machen. Also nicht nur fürs Journal. Ihr könnt jetzt solche Blüten machen und euch auf die Hausschuhe nähen zum Beispiel. Ja, oder eine Mütze oder... Was kann man sonst mit Filz-Sachen machen? Also ich finde das total cool. Mir gefällt es richtig gut. Die Rückseite ist auch interessant. Also vielleicht habt ihr Lust. Vielleicht wollt ihr es auch mal probieren. Das Filz-Nadel-Set mit dem Holzhalter hier und den Nadeln. Ich weiß gar nicht, es sind 25 Nadeln oder so. Also ziemlich viele Nadeln. Mehr als man eigentlich braucht. Aber ab und zu kann passieren, dass die abbrechen, wenn man irgendwo gegenstößt. Mehr braucht man ja eigentlich nicht. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, es gibt auch noch Sets. Da sind solche Staumstoff-Dinger dabei. Aber ich glaube, so ein Küchenschwamm tut es für die kleinen Sachen auf jeden Fall gar kein Thema. Passt perfekt. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich noch eine Blüte. Und ihr könnt mir ja noch mal ein bisschen zugucken. Ich mache mir jetzt einfach eine Blüte in Blau und Rot. Achso, warum habe ich das eigentlich hier schon wieder abgebaut? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Machen wir es noch mal dran. So, das dicke Ende von der Filznadel zum dünnen Ende vom Stöpsel. Aufpassen, dass man sich nicht in die Finger piekst, während man das Werkzeug zusammenbaut. Das wäre ja sehr blöd. So, dieses Ende, dieses gebogene Ende, hakt da unten drunter. Das Ganze reinstecken. Festdrücken. Fertig ist das Werkzeug. Musik. Oh, dasên da! Untertitelung des ZDF, 2020 So, fertig ist das Blümchen. In Kombination mit einem Blatt würde das doch sicher eine schöne Deko auf einer Journalseite machen. Oder auch irgendwo anders. Ja, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bleibt kreativ und jankelt euch was Schönes. Tschüss! Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018